Jo mo Leute und willkommen zu LTVListPlays. Die Kommentare sind wieder dran. Und zwar die erste Frage. Hast du Haustiere? Jawohl, ich habe einen Hund. Zweite Frage. Hast du Hobbys außer YouTube? Ja, da wäre zum einen zocken, was fast jeder im Moment tut. Angeln, Drehbücher schreiben und Filme drehen. Nummer 3. Welche sind deine Lieblings-YouTuber? Ja, meine Lieblings-YouTuber sind LeFloid, ApeCrime, ApeLali, PewDiePie und BullshitTV. Vierte Frage. Spielst du selber Fußball? Nein, ich spiele keinen Fußball. Ich habe es mal gespielt, als ich klein war. Da war ich aber auch 5 oder 6. Und jetzt mache ich eben eine... Ich analyse. Ich analysiere eben nur die Spiele. Jo, und das waren auch schon alle Fragen, die ihr mir gestellt habt. Wenn ihr noch Fragen an mich habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr was wissen möchtet, schreibt es mir in die Kommentare. Egal was. Ich finde es super. Ich spiele nächste Woche wahrscheinlich dann auch mal für euch das Let's Play Modern Combat, was ihr euch so sehr wünscht. Und bis dann. Und ciao zu LTV's Plays. Und bis dann.